... Bram Bram Ja, dann fangen wir hier rein an. Das ist ein Problem. Beifahrer ist da! Beifahrer ist da! ... so wie das alles Eis... Und Dirk landsatze ins Regapurkurs... ... also raus aus mit Scherzen und Mühlen! Und jetzt das Heuer... ... also jetzt der Heuer, das sogar mit der von der Rennung... ... die Rennung rauskriegt! Hör doch! Ist schwarme wieder, ... die 16-jährige Rennung durchgeführt werden! ... alles runter! ... der Rennung... Das ist ein sehr guter Typ, das ist ein sehr guter Typ, das ist ein sehr guter Typ. Schade weil es jetzt ist aber eigentlich alles schwierig, ein kleines Ort zu haben. Das ist ja schade eigentlich, das ist irgendwie ein kleines Stück an der Beine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.